Gesang der Geister über den Wassern Des Menschenseele gleicht dem Wasser, Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, Und wieder nieder zur Erde muß es, Ewig wechselnd, strömt von der hohen Steilen Felswand der reine Strahl, Dann stäubt er lieblich in Wolkenwellen Zum glatten Fels, und leicht empfangen Wallt er verschleiernd, leisrauschend Zur Tiefe nieder. Ragen Klippen dem Sturz entgegen Schäumt er unmutig stufenweise zum Abgrund. Im flachen Bette schleicht er das Wiesental hin, Und in dem glatten See weiden ihr Antlitz Alle Gestirne. Wind ist der Welle lieblicher Buhler, Wind mischt vom Grund aus schäumende Wogen. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser, Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind. Gesang der Geister über den Wassern Warum überhaupt Geister? Man braucht nicht an Geister zu glauben, Um ihnen literarisch eine Stimme zu geben. Die Fantasie will einfach, Dass das, was da über einem Wasserfall aufschäumt, Geister sind, Die etwas über den Menschen zu wissen scheinen, Einfach als Vorwand für schöne Verse. Das Menschen Seele gleicht dem Wasser, Vom Himmel kommt es, Zum Himmel steigt es, Und wieder nieder zur Erde Muss es ewig wechselnd. Das könnte man als ewigen Kreislauf Der Wiedergeburt der Seele verstehen, Wenn die Seele wie das Wasser Einem solchen Kreislauf folgt. Das passt nicht immer zu Goethes Weltbild, Vor allem nicht zur Entstehungszeit des Gedichtes, Aber in solchen Dingen hat es Goethe Nicht unbedingt darauf abgesehen, Sich festzulegen. Immerhin spielte Goethe Laut Eckermann mit dem Gedanken Der Wiedergeburt. Strömt von der hohen, steilen Felswand Der reine Strahl, Dann stäubt er lieblich In Wolkenwellen zum glatten Fels Und leicht empfangen, Wald er verschleiernd, Leisrauschend zur Tiefe nieder. Abwärts geht das Wasser auf jeden Fall, Damit gleicht es dem Lebensweg des Menschen, Wenn man abwärts Nicht unbedingt wertend versteht, Sondern als den unvermeidlichen Weg Vom Anfang hin zum Ende. Es ist hier also zunächst Ein liebliches, interessantes Spiel. Ragen Klippen dem Sturz entgegen, Schäumt er unmutig stufenweise zum Abgrund. Hindernisse stören den Weg des Wasserstrahls, Aber an der Richtung können sie nichts ändern. Im flachen Bette schleicht er das Wiesental hin. Wir haben eine dritte Form der Bewegung Und können vielleicht die drei Lebensalter Darin gespiegelt sehen. Die spielerische Kindheit und Jugend In der zweiten Strophe, Das von Kämpfen geprägte Erwachsenenalter In der dritten, Und hier jetzt das friedliche Alter, Das nichts mehr erreichen muß. Und in dem glatten See Weiden ihr Antlitz alle Gestirne. Noch friedlicher wird es, Der See hat noch nicht einmal Eine merkliche Strömung, Das Wasser kommt zum Stillstand, Und dieser Stillstand in Frieden Öffnet den Blick ins All. Wind ist der Welle lieblicher Buhler, Wind mischt vom Grund aus Schäumende Wogen. Wenn es Bewegung im See gibt, Dann ist es der Wind, Der sie verursacht, Der dem See dann den Wellengang gibt. Aber ehe man zu viel hineinlesen will, Es ist vor allem Von der Naturerscheinung selbst die Rede. Wasser und Wind werden zwar personifiziert, Aber in dieser Strophe Noch nicht unbedingt allegorisch gedeutet. Seele des Menschen, Wie gleichst du dem Wasser, Schicksal des Menschen, Wie gleichst du dem Wind? Hier wird es allegorisch gleichnishaft. Die Seele geht einen vorherbestimmten Weg Und gleicht damit dem Wasser. Das Schicksal wirkt auf die Seele Wie der Wind auf das Wasser, Aber ihren vorbestimmten Weg Hält es nicht auf. Allerdings neige ich trotz der letzten Strophe dazu, Daß das Bedürfnis, Die Naturerscheinung, Wasser selbst dichterisch zu fassen, Fast so wie Rilke es tun würde, Wesentlicher an diesem Gedicht ist Als jede allegorische Deutung. Das Gleichnis vom Wasser, Das die Seele darstellen soll, Wäre dafür nicht konsequent genug ausgeführt. Die Bewegung des Wassers selbst Ist dafür um so eindrucksvoller In Verse gefasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.